Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Fortnite wieder und ich spiele Arena. Ihr seht es gerade, ich bin noch Division 1 mit 0 Punkten. Wir zocken jetzt Arena und schauen einfach mal, was so wird. Es kann extrem lustig werden, es kann aber auch extrem kacke werden, weil ich maximal scheiße geworden bin in Fortnite. Ich habe dieses Season ja ein bisschen gespielt. Ihr seht schon, ich bin Level 7. Arena habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gespielt. Aber ich springe jetzt mal in die Runde und euch viel Spaß bei dem Video. So, die erste Runde geht jetzt direkt los. Ich würde sagen, es ist die erste Runde. Ich droppe einfach Tilted und fertig. Ich habe nichts zu verlieren, ich habe nichts zu gewinnen. Okay, zu gewinnen habe ich vielleicht schon was. Aber wir können keine Punkte verlieren, deswegen Tilted, beste Wahl. So, ich schaue mal, was jetzt hier so abgeht. Ich brauche eigentlich eine Pump, das wäre ganz geil. Da habe ich sie jetzt und hier kommt einer. Komm her. Zack. Hä, hier, hier fighten wir echt hier. Zack. Mehr oder weniger abgestaubt. Aber jetzt sind hier unten direkt auch noch welche. So. Da unten sind welche. Ich push den. Das mache ich. Ich push den. Ich stomp ihn. Oh, er ist besser als ich. Er ist besser als ich. Oh mein Gott, ich bin scheiße. Ich pumpe mich hier kurz hoch. Das war Trash. Holy shit. Das ist maximal Trash, was ich mache. Oh, jetzt habe ich einen Sprinkler gebaut und bin nicht drin. Ich Idiot. Hä, es leckt Ultra irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen leckt es. Oh, es tut. Oh, scheiße. Digga, es leckt Ultra. Uh. Es leckt. Es leckt Ultra. Es leckt Ultra. Es leckt, es leckt, es leckt. Ich komme hier nicht raus. Ich bin tot. Ja, das war's. No way. Ey, es hat Ultra geleckt. Es leckt. So, erste Runde 105 Punkte. Ich muss mal gucken, woran es liegt, dass es so leckt ist. Läuft echt unflüssig gerade so ein bisschen. So, die zweite Runde beginnt jetzt. Ich lande einfach mal Shifty. Warum nicht? Ich kann echt nicht sagen, warum es jetzt ein Tilted so krass geleckt hat. Ich denke mal, es liegt an Tilted, weil Tilted so ist. Aber eigentlich müsste das mein PC ausmachen. Ich kann es euch echt nicht sagen, warum es geleckt hat. Und stürze mich direkt auch auf den da. Oh, yo, was gibst du mir noch so ein Pumpit mit? Wir machen jetzt in der dritten Runde einfach einen Chilligen. Ich lande jetzt hier ganz hinten. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Zack, tot. Öh? Bitte was? Hallo? Was war das? Gott, hä? Chill. Bro. Ja, halt die Fresse. Oh, ich hätte doch meine... Warum AR? Warum nicht SMG? Ich finde scheiße. Die Fortnite-Zeiten sind vorbei. Wo sind die Zeiten, wo ich mal gut war? Weg. Die fighten hier oben alle. Ich gehe da jetzt auch hoch. Was ist das? Was ist das? Zwei Gegner. Was ist das? Was? Ich muss nachladen. Hey, chill doch. Ja, ey. Ich versuche es jetzt einfach mal hier direkt rauszuspringen. In diesen Ort hier. Keine Ahnung, ob das jetzt aufgeht oder nicht. Aber hey. Das Video ist eh schon schlecht genug. Warum nicht noch schlechter machen? Baller ihm die Fresse weg. Los. Zack. Fuck. Ey, er stand die ganze Zeit in mir drin. Die ganze Zeit. Okay. Der war maximal lost. Einfach Spray-Meter, Junge. Halt doch die Fresse. Einfach sprayen. Sprayen Prey oder was? Hä? Oh, fuck. Ich bin stuck. Okay. Ich sollte aufhören, so ein bisschen rumzutrollen. Hä? Bin ich scheiße? Hä? 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 Ja, ich bin, ich bin, Junge, er war auf 30 HP oder so. So, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir waren jetzt nicht so krass erfolgreich, aber ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns ganz einfach im nächsten Video. Und ciao. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Vielen Dank.